Guten Morgen ihr Lieben. Zwar wollte ich euch ein kleines Update geben. Zurex Diamond Pending. Das habe ich schon seit zwei Tagen fertig. Aber bin jetzt noch nicht gekommen ein Video zu machen, beziehungsweise habe ich es eher vergessen. Jetzt ist es mir wieder eingefallen. Moment, ich zeige euch das. Das ist das Diamond Pending, was ich sagte. Das habe ich von Teddy. Wie gesagt, das hatte ich von Teddy. Es kam 5 Euro. Das andere Leoparden auch. Und jetzt habe ich eins angefangen von Pigmondo. So zwei Schmetterlinge und dann so ein paar schöne Farben. Da bin ich gerade aktuell, seit gestern. Ne, seit vorgestern. Ja, so um den Dreh. Ja und hoffe euch geht es gut. Mir geht es soweit ganz gut. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dahin ihr Lieben. Ciao. Ciao. Ciao.